Die Ocugen Aktie stieg Anfang des Jahres massivst an, doch dann folgte eine Korrektur, die seinesgleichen sucht. Jetzt stehen wir vor einem entscheidenden Punkt. Wird die Ocugen Aktie nochmal massivst ansteigen oder fallen wir einfach direkt durch bis auf 0 Euro? Darüber reden wir heute. Los geht's! Bevor wir so richtig beginnen können mit diesem Video, kurz etwas in eigener Sache. Wir haben nun als Erweiterung unserer Herbstaktion auch das Big Pharma Paket um 30% reduziert. Dort erhaltet ihr Updates unter anderem täglich zur Ocugen Aktie, aber auch zu 10 anderen interessanten Big Pharma Werten. Und für diejenigen, die jetzt noch mehr sehen wollen von unseren Videoanalysen, wir haben natürlich auch das Big Pharma plus Videoanalysen Paket hinzugefügt. Das heißt, dort erhaltet ihr 3x die Woche zu den Big Pharma Aktien Videoanalysen und natürlich auch noch die täglichen Updates. Also wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbei. Wir haben nun schon mehrmals auf diesem Kanal über die Ocugen Aktie gesprochen. Viele Leute sind immer noch sehr emotional investiert in der Ocugen Aktie und denken, dass die Ocugen Aktie einfach nur pleite gehen kann und nichts anderes mehr passieren kann. Wir wollen aber heute die Emotionen gänzlich rauslassen und uns nicht darauf fokussieren, was wir glauben oder fühlen, was bei der Ocugen Aktie passieren kann, sondern nur den Chart ansehen und darauf basierend dann unsere Entscheidungen treffen. Dafür sind wir direkt mal in unserem ersten Chart angekommen und wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Ocugen Aktie hier eine fünfteilige Aufwärtsbewegung nach oben ausgebildet hat in einer möglichen Welle A. Und daraufhin folgte dann eine WXY Korrektur und wir würden uns aktuell in dieser Welle Y befinden. Was heißt das Ganze? Unsere Korrekturbewegungen laufen hier meist dreiteilig ab. Das Ganze führt dann dazu, dass wir dann hier eine größere Welle B erhalten und diese Welle B hat eine Zielbox in Orange zwischen 79,7 Cent und 47,6 Cent. Das Ganze ist in Euro und wir können hier sehen, der Preis ist schon auf bestem Weg in die Zielbox und das ist natürlich auch diese Korrektur, von der ich am Anfang gesprochen habe. Wir können erkennen, vom Top verkaufte der Preis bis zum Boden hier schon um 57% ab. Wir persönlich waren nicht investiert zu diesem Zeitpunkt, sondern waren an diesem Zeitpunkt investiert, als hier diese Welle 2 gestartet ist. Deshalb hatten wir hier unsere Zielbox. Jetzt haben wir wieder unsere Zielbox und wir können schon erkennen, die Ocugen Aktie ist hier sehr massiv abverkauft, aber immer noch im Rahmen der Zielboxen. Wir haben auch eine Zielbox hier in Grau für die Welle Y. Das ist eher mehr so als Platzhalter bzw. als Orientierungspunkt, denn der Preis kann natürlich auch unter dieses Level hier laufen, aber dennoch in der anderen Zielbox bleiben. Aber hier wäre das Ganze zwischen rund 97 Cent und rund 66 Cent platziert. Das heißt, das ist so ein Orientierungspunkt, an dem wir uns noch versuchen festzuhalten. Wichtiger ist aber, dass der Preis hier erstmals nicht diese Marke unterschreitet, denn sollte das passieren, dann würde es nochmal weiter heruntergehen können bei der Ocugen Aktie. Jetzt ist auch noch wichtig, der Preis läuft zwar hier sehr sehr schnell runter in Prozenten, aber wenn man sich nur die reinen Bewegungen anschaut, dann ist das Ganze völlig legitim und auch nach dem Prinzip der Elliott Wellen Methodik komplett legal und erlaubt. Das heißt, wir haben hier eine ganz normale Korrekturstruktur und es liegt halt einfach daran, dass der Preis so niedrig ist. Wir sehen ja, wir kamen von 32 Cent auf rund 2 Euro. Das heißt, der Preis ist massivst angestiegen, prozentual, aber im Endeffekt ja nur 1,60 Euro gestiegen. Und deshalb sind hier auch die Korrekturbewegungen immer so groß prozentual, weil wir logischerweise hier noch sehr sehr tief im Preis sind und daher wird der Preis immer hohe Prozente nach oben und nach unten machen. Jetzt ist aber auch wichtig, wir gehen hier definitiv davon aus, dass das nur eine Korrekturbewegung ist. Heißt, wir haben hier keine Fünfteiligkeit. Normalerweise befinden wir uns mit Impulsen in einem fünfteiligen Rahmen. Das heißt, wenn hier ein Fünfteiler nach unten folgen würde, dann sähe das Ganze schon anders aus. Aber, und das macht die Occugen Akte so interessant für uns, der Preis läuft hier wirklich dreiteilig ab. Wir hatten eine W, X und jetzt eben diese Y und das könnte dazu führen, dass wir möglicherweise einen extrem guten Einstieg bekommen. Wir werden uns hier nicht darauf fokussieren, nach Emotionen zu handeln, sondern wirklich einfach in der Box einsteigen und das Ganze dann als langfristiges Investment sehen. Natürlich gibt es auch Gefahren bei der Occugen Aktie, aber das nehmen wir ja logischerweise mit unserem Stop Loss raus. Das heißt, die Occugen Aktie hat auf jeden Fall schon mal das Potenzial hier in der Box zu drehen. Aber die meisten Leute wollen natürlich wissen, wo geht es überhaupt hin mit der Occugen Aktie. Deshalb schauen wir uns das auch direkt einmal an. Wenn wir hier einmal rauszoomen, dann sehen wir, dass die Occugen Aktie zumindest mal es schaffen kann, eine Welle C nach oben hin auszubilden. Und diese Welle C würde logischerweise auf die Welle B folgen und hätte, wenn der Preis es schafft, hier direkt an unserer Oberkante der Zielbox zu drehen, einen Preisbereich zwischen 4,88 Euro und 9,72 Euro. Das heißt, die Occugen Aktie hätte danach massives Potenzial. Logischerweise werden wir das Ganze auch updaten. Und wir können ja sehen, wenn der Preis tiefer in unserer anderen Box dreht, verändern sich die Ziele natürlich. Das heißt, wenn wir ganz unten ankommen würden, wären die Ziele schon anders, als wenn wir hier ankommen würden. Aber wo genau der Preis dreht, kann man natürlich nie zu 100% vorhersagen. Man kann zwar die Bewegungen zählen und Zielboxen einschreiben, aber, und das ist ja der Vorteil an unserer Strategie, wir steigen nur in den Boxen ein. Das heißt, wenn der Preis nicht in der Box ist, dann steigen wir nicht ein. Und wenn der Preis in der Box ist, dann steigen wir komplett emotionsfrei ein. Denn wenn der Preis unter die Box bricht, dann trifft er unseren Stop-Loss und dann ist es halt einer von möglicherweise drei Trades, der möglicherweise mal nicht aufgegangen ist. Aber das ist gar nicht schlimm, weil unsere Targets, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sind immer deutlich höher als unsere Stop-Losses. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier an dieser Oberkante einsteigen würden und wir hätten den Stop-Loss unter unserer Box, wir haben ihn nie direkt auf dem 78,6er, sondern immer ein Stück darunter, und den Preisbereich für das Target hätten wir dann hier oben, dann wäre das ein 11 zu 1. Das heißt, für jeden Euro, den wir verlieren würden, könnten wir 11 Euro gewinnen. Das heißt, in der Theorie könnten wir sogar neunmal auf diese Weise Geld verlieren und nur einmal gewinnen und dennoch im Profit sein. Das ist eben der Vorteil. Das Beispiel jetzt hier, wenn der Stop-Loss 1 Euro wäre, dann hätten wir hier, wenn wir zehnmal hintereinander verlieren würden, 10 Euro gesamt verloren. Wenn das Target aber immer bei 11 zu 1 beispielsweise legen würde, dann hätten wir hier nur einen Handel, den wir gewinnen müssen beispielsweise und würden direkt 11 Euro machen. Mit anderen Worten, wir hätten zwar zehnmal verloren und 10 Euro gesamt verloren, aber dadurch, dass wir den 11. gewonnen haben, haben wir trotzdem ein Plus von einem Euro. Natürlich werden wir hier nicht mit so kleinen Beträgen handeln, aber das ist nur einmal, um das Ganze zu verdeutlichen, wie leicht es doch dann sein kann, profitabel zu werden. Und so handelt man nämlich auch. Wir versuchen hier gar nicht, jeden Trade und jeden Einstieg für ein Investment als Sieger zu sehen. Natürlich, man möchte immer gewinnen, aber im Endeffekt ist der Vorteil von dieser Strategie, dass man nicht immer gewinnen muss. Man kann verlieren und das passiert natürlich auch mal am Markt. Unsere Zielboxen werden auch, zwar nicht häufig, aber auch mal durchschlagen. Und wenn das Ganze passiert, dann ist es nicht weiter tragisch, weil die Gewinne, die wir aus den anderen Investments ziehen und die Gewinne, die wir aus den anderen Trades ziehen, eben das Ganze überwiegen. Natürlich ist immer noch interessant, wie viel Prozente der Preis denn laufen kann. Also, wenn der Preis an der Oberkante dieser Zielbox drehen würde und hier nur bis zur Unterkante läuft, dann werden das erneut schon mal 500% Anstiege. Wenn der Preis natürlich darüber hinaus läuft, dann auch mal ganz schnell in Richtung 1000%. Bedeutet, die Ocugen-Aktie hat hier auf jeden Fall massives Potenzial und das Ganze sind hier wirklich Zeitrahmen von nur Monaten. Wir können ja hier beobachten, die Ocugen-Aktie begann hier so Ende Dezember anzusteigen und hatte hier schon das Top gebildet Anfang April bzw. Ende März. Mit anderen Worten, die Ocugen-Aktie hat hier eben massives Potenzial in kurzfristigen Zeitabständen, in 3-4 Monaten, möglicherweise auch 5 Monaten. Und das ist natürlich etwas, was man sich nicht entgehen lassen möchte. Viele Leute haben trotzdem Skeptik und schreiben uns ja auch oft in die Kommentare, dass aus der Ocugen-Aktie doch gar nichts mehr werden kann. 0 Euro heißt es und deshalb wollen wir uns nun ansehen, was überhaupt das Risiko bei der Ocugen-Aktie wäre, wenn sie es nicht schafft, diese Abfolge hier einzuhalten. Dafür müssen wir etwas weiter herauszoomen und können erkennen, die Ocugen-Aktie hat hier vermutlich eine Welle A beendet und nun folgte eine Welle B. Wie gesagt, das ist nicht unser Primär-Szenario, sondern nur das Alternativ-Szenario. Aber wir werden es dennoch besprechen, weil die Leute uns sehr oft in die Kommentare schreiben, dass die Ocugen-Aktie pleite gehen wird oder die ganze Firma pleite gehen wird. Deshalb schauen wir uns einmal an, was denn das Alternativ-Szenario wäre. Der Preis hätte dann hier eine A, B gemacht und jetzt diese C-Welle. Und diese C-Welle war zwar sehr radikal, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute sagen, hier passiert gar nichts mehr, auf 0 Euro geht es. Aber wir sehen uns an, 1, 2, 3 und jetzt hier perfekt gedreht in dieser Zielbox, dieser Welle 4. Deshalb ist das Ganze natürlich etwas risikobehaftet. Und jetzt geht der Preis herunter in diese Welle 5 und hätte hier eine Zielbox zwischen. Und jetzt wird es interessant, 43 Cent und 17 Cent. Mit anderen Worten, selbst wenn der Preis bärisch gestimmt ist, hätten wir hier immer noch eine gute Zielbox, die sich sogar überschneidet mit der anderen Zielbox am Unterkern. Also hat die Ocugen-Aktie hier möglicherweise immer noch einen guten Einstiegspunkt. Zwar etwas tiefer und er würde vielleicht sogar unsere andere Zielbox durchbrechen. Aber wir sehen, der Preis könnte danach immer noch massivst drehen und massivst ansteigen. An die Leute, die sagen, die ganze Firma geht pleite, das ist hier einfach nicht realistisch. Das ist hier die wahre Kaffeesatzleserei. Denn das kann man hier wirklich nicht einfach vorhersagen, nur weil einmal schlechte Wirtschaftsdaten kommen, weil zwei, dreimal das Ganze nicht so abläuft, wie man sich das vorstellt. Am Aktienmarkt kann man hier nicht einfach sagen, die ganze Firma geht pleite. Das ist einfach aus der Luft gegriffen. Aber die Leute neigen dazu, sehr emotional zu werden am Aktienmarkt und deshalb verlieren sie da natürlich auch das Geld. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, was die Ocugen-Aktie denn wirklich drauf hat. Und deshalb springen wir mal in unser Primärszenario. Und nun sehen wir, die Struktur ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben immer noch diese A-Welle hier beendet, dann die Welle A, B. Jetzt wären wir aber bereits fertig mit der übergeordneten B-Struktur. Und diese wäre auch hier in einer C-Welle geendet. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5. Mit anderen Worten, wir haben eine sehr, sehr ähnliche Struktur, nur dass der Preis halt eben früher schon fertig ist. Und wir können erkennen, dass der Preis ja hier ungefähr bei unserem Zielrahmen ist. Das heißt, hier war ja die andere Zielbox, die wir gerade gesehen haben. Jetzt könnte der Preis es eben schaffen, hier anzusteigen in dieser Welle C. Und das Ganze wäre dann mit einer Zielbox-Buffet zwischen 28,70 Euro und 160 Euro. Aber wir werden uns hier erstmal nur fokussieren auf 28 Euro bis 83 Euro. Dieser Zielrahmen kann zwar angelaufen werden, aber umso weiter die Ziele entfernt sind, umso ungenauer wird das Ganze. Also wir wollen uns hier sowieso eher an der Unterkante orientieren. Der Preis hat hier folgende Option. Entweder er läuft hier in einem Fünfteiler nach oben, also 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir haben ja schon erkannt, wir haben das Ganze hier nur als A-Welle beschriftet. Das heißt, es kann auch dazu kommen, dass es hier eine A, B, C ist. Und diese beendet dann erst eine Welle 1. Dann kommt die Welle 2, 3, 4, 5. So kann es auch ablaufen. Das heißt, es wäre dann nur eine Diagonale. Aber wie gesagt, wir werden das Ganze sowieso für unsere Patreon-Abonnenten und auch teilweise hier auf YouTube auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, abonniert doch gerne diesen Kanal. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Was ist nun das Fazit zur Ocugen-Aktie? Wir gehen also hier nicht davon aus, dass die ganze Firma pleite geht, sondern denken eher, dass der Preis einfach hier in unsere Zielboxen einlaufen wird und eben dort die Chance hat zu drehen und dadurch dann das massive Potenzial zu realisieren. Das heißt, die Ocugen-Aktie hat zwar etwas Risiko in der Struktur, aber natürlich viel, viel größere Chancen und deshalb werden wir persönlich auch hier in unserer Zielbox einsteigen. An diejenigen, die es jetzt geschafft haben bis zum Ende des Videos, kommentiert doch mal gerne Ocugen 2025 und wir sehen uns im nächsten Video wieder. er体cussions und dann die